Hallo Leute, draußen hier ist der einsame Wanderer. Schreckliche Dinge gehen vor im Nahen Osten. Ich möchte dazu auch nochmal Stellung nehmen. Bevor ich euch erstmal erzähle, wie meine Emotionen waren am Anfang, möchte ich einmal darauf hinweisen, dass ich in dieser Sache keine Aktien habe. Sprich, ich bin kein ausgewiesener, tiefer Kenner des Konfliktes. Ich weiß allerdings genug, um mir eine Meinung zu bilden. Und ich bin weder ein Israel-Hasser-Noch-Vertreter oder ein Palästina-Hasser-Noch-Vertreter. Ich habe hier also eine relativ neutrale Position auf den Konflikt aus der Vogelperspektive. Meine Emotionen, als ich das gehört habe, waren erschreckenderweise relativ gering. Ich glaube, es ist diese mediale Dauerberieselung mit Konflikten und Stress und auch Krieg, die den Menschen abstumpft. Ich habe mir gestern die Bilder angeguckt, ein paar Bilder, das sah aus wie einem schlechten Zombiefilm, überall die Toten. Aber es hat mich nicht stark geregt sozusagen. Das zeigt ein bisschen, wie abgestumpft ich gefühlt bin und mit einer gewissen Anteil-Namenslosigkeit. Und wie gesagt, ich denke, das liegt nicht daran, dass ich unempathisch bin, sondern wenn man so wie ich 46 ist und ein bisschen Leben gelebt hat, dann begreift man, glaube ich, so ist der Mensch. Er ist seit 2.000, 3.000, 4.000 Jahren so und er wird sich wahrscheinlich nicht ändern. Das ist auch der Grund, warum es Kräfte im Hintergrund gibt, die das schon vor Jahrhunderten wahrscheinlich erkannt haben und gesagt haben, okay, so ist der Mensch, es ist noch nie anders. Also spiegeln wir ihm Demokratie vor und steuern sie. Zu unserem Besten oder zu ihrem Besten. Je nachdem, wer das denkt und wie er das sehen will. Was da passiert, ist wieder unfassbar grauenhaft. Die Bilder, die wir sehen, emotionalisieren natürlich schon und sie rücken dich sofort in eine gewisse Richtung. Die Emotionalisierung bedeutet nämlich, wie immer, dass du deine Ratio ausschaltest und sofort erstmal Position für Israel beziehst. Und das sage ich nicht verurteilt, ich sage das nur beobachtend. Das ist so, wenn man an unseren Emotionen rumspielt. Und das ist ein Stück weit auch richtig, denn man könnte das hier als Angriffskrieg bezeichnen und der geht halt gar nicht. Und was da läuft, geht halt gar nicht. Und leider muss ich auch sagen, in Richtung der muslimischen Community, da sind einige Leute unterwegs, die genau das tun, was sie am besten können. Und nach Europa gerichtet, sage ich, und das sind übrigens genau die Jungs, die zu Hunderttausenden in Europa sitzen. Und wir können nur hoffen, dass sie nicht auf die Idee kommen, das mal hier zu machen, was sie da machen. Was da läuft, ist eben schlimmste Wahrerei. Heißt das jetzt, dass ich Israel den Himmel hebe und Palästina verdamme? Nein, ich glaube, dass es Extremisten, oder nein, ich weiß es, es gibt Extremisten auf beiden Seiten und zwar ganz kräftig. Es gibt auch strenggläubige Juden, die schwucken auf andere Regionen wortwörtlich, wenn sie vorbeigehen. Und auf der anderen Seite ist der gefühlte Israel-Hass und der Judenhass ja schon in die Wiege gelegt. Das sind also zwar sehr ungesunde Kombinationen und das normale Volk, die normale Bevölkerung, auf beiden Seiten möchte wahrscheinlich nur friedlich leben, aber die radikalen Kräfte verhindern es regelmäßig. Und auch die Kräfte im Hintergrund. Und jetzt kommen wir mal zu einer ganz wichtigen Sache. Wie kann das sein, was hier gelaufen ist? Und da sage ich euch mal ganz klar meine Meinung. Es wird jetzt geredet von 5000 Raketen, die abgefeuert worden sind. Sie sind mit massiver Gewalt und mit, ich glaube, Fallschirmen eingedrungen und ja, verrichten da ein Blutblatt, die Leute teilweise. Die sind wohl hart vorgestoßen, haben die Grenze überrannt teilweise. Leute, das kann gar nicht sein. Es sei denn, es ist gewollt. Und das sage ich so ganz hart. Und das heißt nicht, dass ich sage, die bösen Juden, sondern ich sage, erst einmal, ganz objektiv, Es gibt einen logistischen Aufwand, um 5000 Raketen an ihre Stellen zu bringen, so viele Kämpfer zu versammeln, mit Waffen auszurüsten etc. Da müssen Gelder fließen und so weiter und so fort. Wir sind in einem Zeitalter der Satellitenüberwachung. Wir haben einen israelischen Geheimdienst und der ist sicherlich auch vernetzt mit anderen Geheimdiensten der Welt. Und die Israelis sind nun mal unter Dauerbeschuss und man muss auch sagen, es ist eine unschöne Wahrheit, dass es hier nicht darum geht, um Landfläche, sondern es geht der radikalen muslimischen Community darum, die Juden ins Meer zu treiben. Die wollen die tot machen. Das ist halt schon eine andere Geschichte, als wir wollen einen Teil des Landes erobern. Muss man mal sagen. Das heißt, ich kann verstehen, wenn die israelische Bevölkerung da auch sehr radikalisierend eventuell reagiert. Das bringt uns natürlich wieder zum anderen Punkt mit Staatensetzung. Ist das okay und so weiter und so fort? Auf der anderen Seite wird natürlich gesagt, ja, und ich schweife gerade ein bisschen vom Hauptthema ab, aber ich mache das kurz. Die Gebiete sind hier immer kleiner geworden. Ja, das mag sein. Allerdings muss man auch hart sagen, in Richtung der Arabischstämmigen, das wird mir jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen Maluspunkte bei gewissen Leuten einbringen, aber es tut mir leid, ich muss es so sagen, die Araber haben mehrfach Krieg gemacht und sie haben halt hart auf die Fresse bekommen und verloren. Und wenn man Kriege verliert, verliert man Gebiete. Das ist halt so. Und wenn ihr jetzt der Meinung seid, das ist nicht okay und die Gebiete müssen zurückgegeben werden, obwohl der Krieg verloren wurde, dann sage ich, ja, kann man so sehen, aber wenn das der Maßstab ist, da muss ich es als Deutscher auch sagen, hätte ich unter anderem in Schlesien zurück. Ja, also das müsst ihr euch dann überlegen, die Argumentation. Also wenn, muss das für alle gelten. Na, dann wird es schwierig, glaube ich. Zurück zum Hauptstrand. Wir haben also einen israelischen Geheimdienst. Da sind Truppenbewegungen, da sind logistische Dinge, da müssen Gelder fließen, ja. Wie kann ein unterentwickeltes Palästina eigentlich so viele Raketen kaufen? Gut, die EU bezahlt den ganzen Spaß natürlich. Das heißt, die EU hat Blut an ihren Händen. Weil ihr könnt mir nicht erzählen, dass diese ganzen Wiederaufbaumaßnahmen, ja, nicht irgendwo umgelenkt werden, in komischen Kanälen versickern und davon Raketen gekauft werden oder keine Raketen gekauft werden. Das könnt ihr mir nicht erzählen. Wir finanzieren den Spaß mit, beziehungsweise eigentlich, das ist genau der Punkt, auf den ich hinaus will, nicht wir. Die Mächte im Hintergrund lenken. Jetzt komme ich zum Kern. Wir haben also einen guten Geheimdienst. Und wenn ich der Geheimdienst wäre und in der Situation, wie sie sich darstellt, seit Jahrzehnten, dann würde ich dafür sorgen, dass ich genug Leute auf meiner Gehalts- und Lohnliste habe, die mir ab und zu mal Informationen zukommen lassen. Und wenn es nur so kleine Sachen sind, wie das sind ganz viele Lastwagen gefahren. Also, ihr wollt mir also der Weltpresse erzählen, dass kein Informant irgendwas gesehen hat, dass kein Satellit irgendwas aufgefasst hat, dass kein Geheimdienstmitarbeiter irgendwas mitbekommen hat und dass keiner gemerkt hat, wer was wie wo finanziert. Ihr wollt mir erzählen, dass diese Planungen für einen so koordinierten Schlag von mehreren Seiten komplett unentdeckt geblieben sind. Leute, das kaufe ich nicht. Das kaufe ich nicht. Das ist meiner Ansicht nach ein Ding der Unmöglichkeit. Das ist genau wie mit 9-11. Das kaufe ich nicht. Das kaufe ich nicht, dass alle so geschlafen haben, dass keiner irgendwas mitbekommen hat. Das halte ich für absolut unglaubwürdig. Was bedeutet denn das? Bedeutet das, die bösen Juden wollen das jetzt hier nutzbar machen für sich, um Groß Israel zu schaffen? Nein, nicht der Jude. Aber ich stelle euch die Frage, die israelische Regierung oder teile davon, die hier jetzt mit der Justizreform angeblich laut unserer Presse ja in große Proteste gesteuert ist. Wäre irgendeine Regierung auf der Welt eigentlich bereit, für die eigenen Visionen und den eigenen Macht der Welt eigene Leute zu opfern? Könnte man darüber nachdenken. Um es konkreter zu fassen, wäre es so, dass gewissen Spitzen der Regierung in dieser Lage mit der Justizreform etc. ein Krieg sehr gelegen käme, um vom innenpolitischen Kurs abzulenken? Im Krieg eint man ja so schön die Leute. Auf einmal sind alle zusammen und stehen zusammen, Burgfrieden und so weiter. Und dient es vielleicht auch an der NWO? Dient es vielleicht auch der NWO, wenn wir viele Krieger haben und dann kommt irgendwer, ich rette euch, aber wir müssen da mal ein paar harte Regeln durchsetzen. Also ihr versteht schon, dass die Grundrechte und die Bürgerrechte nahten. Und so. Die müssen wir mal ein bisschen aussetzen. Das geht ja immer gut mit Krieg. Ist es wieder ein Konfliktherd, der von den Mächten im Hintergrund geschürt wird? Oder ist es nur der Iran, der einfach was gegen Israel hat? Oder geht da mehr im Hintergrund? Fragezeichen. Könnt ihr euch mal selber sozusagen beantworten. Wären Politiker bereit, wegzusehen, zu wissen, dass ein solcher Angriff kommt oder ihn über den Geheimdienst selber anzuschieben, wie eine Volksflag quasi, um danach harte Maßnahmen begehen zu können, einfach ein paar hunderte Zivilisten zu opfern, weil es ihnen scheißegal ist, um größere politische Ziele zu verfolgen? Wäre eine Regierung bereit, das zu tun? Ist die Regierung, die jetzt dran ist, vielleicht auch jemand gewesen, der eine gewisse medizinische Behandlung hart durchgesetzt hat? Und war es den Leuten vielleicht egal, wie es den eigenen Leuten geht? Israel wurde, soweit ich weiß, hart durchgeimpft. Ja, mal drüber nachdenken. Wenn man immer, dann kommen mal die Leute im Kommentar, habe ich, ja, die bösen Juden? Nee, glaube ich nicht. Es gibt nicht die bösen Juden, es gibt sicherlich fanatische Sekten und grausige Politiker. Das ist aber nicht der Jude an sich. Das möchte ich ja einfach mal differenziert sehen. Genauso wie es nicht den Araber an sich gibt, ja. Natürlich gibt es bei diesen Bevölkerungsgruppen immer gewisse Mentalitäten und kulturelle Aspekte, das ist gar keine Frage. Aber, ähm, ich trenne immer noch den Extremist vom normalen Bürger und ich werde immer noch den Politiker von meinem Bürger trennen, in meinem Kopf jedenfalls. Ähm, und wir haben Endzeitsekten, ja, auf vielen Seiten gibt es Endzeitsekten und ein Teil der Endzeitsekten, die glauben, dass der Weltuntergang kommen muss für das jüngste Gericht und damit alles gut wird. Es gibt Leute, die arbeiten am Chaos, es gibt Menschen, die wollen die Welt brennen sehen. Das sind alles Aspekte, die da reinspielen können. Und die Strippenzieher hinten rum, die sehen wir noch gar nicht. Da kann man sich seinen Teil zu denken, äh, und selbst der Iran wird wahrscheinlich nur derjenige sein, den man sieht, die eigentlichen Strippenzieher. Ich glaube, die sehen wir gar nicht. Aber es wird einem Zweck dienen. Es wird auch kein Zufall sein, dass es jetzt passiert. Es hätte schließlich vor zwei Wochen, vor vier Jahren, ja, vor sechs Monaten passieren können. Die Lage hat sich seitdem ja nicht so wesentlich verändert. Die Spannungslage ist ja da. Dass es also jetzt passiert und so koordiniert bedeutet, die macht es angeschoben. Und jemand hat es eventuell zugelassen. Vielleicht hat jemand auf der israelischen Seite den Geheimdiensten das Maul gestopft, die Militärs sich informiert und hat die Leute ins offene Messer laufen lassen. Vielleicht. Um jetzt mehr Optionen zu haben und einen Grund zu haben, vielleicht auch einen Grund zu haben, mal wieder sich in ein paar Gebiete einzuheimsen, harte Schläge zu machen, etc. Ich rede und ich möchte dazu sagen, ich spreche hier nicht diese radikalen Kräfte frei von ihren Taten. Überhaupt nicht. Wenn ich Israeli wäre, da würde ich auch mit radikaler Härte gegen diese Leute vorgehen. Das ist überhaupt keine Frage. Das ist das Selbstverteidigungsrecht in dem Moment. Natürlich gibt es immer die Diskussion, ja, aber dürfen die einen Staat haben und so weiter und so fort. Das ist gerecht. Das heißt, die anderen Leute sehen sich auch in der Selbstverteidigung. Aber Frauen zu vergewaltigen, zu erschießen und ihre Knochen zu brechen, ist keine Selbstverteidigung. Das ist Barbarei. Das möchte ich auch sagen. Und dementsprechend, ich kann das absolut nachvollziehen, wenn die Israelis jetzt mit radikaler Härte sich wehren. Nur sind sie dann eben Teil des Spiels. Vielleicht sind sich nicht mehr dessen bewusst, dass sie möglicherweise ein Spielwer der politischen Kräfte sind. Ein Hamster im Hamsterrat, dass sie genau das tun sollen. Es ist in der Mikrosicht für sie logisch. Sie sind der Hamster im Hamsterrad und wenn sich das Rad dreht, müssen sie vielleicht schneller laufen oder vielleicht drehen sie auch das Rad, wie dem auch sei. Philosophische Geschichte jetzt. Aber die Hand, die vielleicht draußen eventuell auch mal am Rad dreht, sodass sie vielleicht mal schneller laufen müssen und es nicht selber steuern, die sehen sie in der Mikrosicht vielleicht gar nicht, weil sie nur das Rad vor Augen haben. Also in der Mikrosicht ist das logisch, so zu handeln, aber in der Makrosicht können da ganz andere Sachen noch alles spielen. Das ist übrigens bei uns in Europa genauso. Wenn ich mich hier gegen den kriminellen Migranten wehre, in Europa, dann ist das in der Mikrosicht absolut richtig. In der Makrosicht mag es trotzdem bewusstes Aufhetzen von Bevölkerungsgruppen gegeneinander sein, indem man sie nebeneinander setzt, wenn man weiß, dass es nicht zusammenpassen. Bloß wie gesagt, in meiner Mikrosicht, wenn ich mein eigenes Leben schützen muss, ist das erstmal so. Dann nützt es mir gar nichts, die Makrosicht zu kennen, wenn jemand im Messer vor mir steht. Und so ähnlich ist das hier auch, Mikro- und Makrosicht. Tja, dieser Konflikt ist gewollt, er ist gesteuert, er dient einem größeren Plan, da bin ich mir sicher. Es ist kein Zufall, dass wir hier einen Krieg haben, da einen Krieg haben und dann noch Corona vorher und so weiter und so fort. Das arbeitet alles auf eine NWU hin. Da bin ich relativ sicher, dass das nicht Dinge sind, die völlig unabhängig voneinander laufen. Diese Dinge sind geplant. Dieser koordinierte Angriff muss geplant gewesen sein. Und warum jetzt? Auch das muss geplant gewesen sein. Und irgendwer, Cui Bono, hat was davon. Und irgendwer hat das angeschoben. Damit begeben wir uns natürlich in tiefere Gefilde, die könnte wahrscheinlich Tilman Knechtel oder so besser beantworten. Aber nicht ich. Aber ich sage euch nur, wie viel man als normaler Mensch, der sich nicht zu tief mit Geheimdiensten oder Geheimlehren oder Sekten etc. beschäftigt, wie viel man trotzdem verstehen kann. Nämlich, dass es eine Sache ist, wo wieder alle gelenkt werden. Und wo eben auch unsere Ratio wieder durch Emotionen ausgeschaltet werden soll. Und wir automatisch in eine Richtung uns positionieren. Es wird genauso sein wie bei der Ukraine. Wenn du natürlich in andere Richtungen sozusagen Sympathien hegst, bist du gleich raus. Ach ja, Sympathien übrigens. Und ich betone nochmal, ich sage das in aller Neutralität hier. Ich schlage mir viel auf die eine und noch die andere Seite. Das möchte ich nochmal ganz klar hervorheben. Nichtsdestotrotz wäre das technisch so. Wenn du also aus der palästinensischen Ecke Kritik übst über eventuelle Verbrechen, die davor gelaufen sind, bist du der Böse. Das ist ziemlich sicher. Und dass da nicht schwarz und weiß ist, sondern eine Menge grau, ist glaube ich klar. Ja, das glaube ich schon. Und dass weder die palästinensische Führung noch die israelische Unschuldsengel sind, ist glaube ich auch klar. Und wie gesagt, das trenne ich von einer normalen Bevölkerung erstmal. Die radikalen Kräfte trenne ich von der normalen Bevölkerung. Auch wenn normale Bevölkerung kulturelle Befindlichkeiten hat und kulturelle Prägung. Das ist gar keine Frage, die auch teilweise sehr unschön sein kann. Sei es drum. Aber ich habe gehört, meine Frau erzählt, dass die Leute teilweise in Berlin auf den Straßen gefeiert haben, dass das passiert. Da sage ich nur, na, Mensch, das hat ja gut funktioniert mit der Integration. Und den Leuten wird dann ein deutscher Pass gegeben. Die teilen also keine Werte mit uns, auch nicht die Vorstellung von Freiheit und Demokratie. Und man kann nur hoffen, dass die Jungs in Berlin, die sich jetzt freuen darüber und feiern gehen, dass sie nicht irgendwann, wenn sie immer mehr werden, mal irgendwann das Gefühl haben, ach, weißt du, das könnten wir ja auch mal hier machen. Nochmal, diese Leute, die da agieren in ihrer unfassbaren Brutalität, ihrem Hass und ihrer religiösen Verblendung, die haben wir auch zu Tausenden in Europa, wenn nicht sogar zu Hunderttausenden. Und es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis das bei uns auch mal so brennt. Und die wissen ganz genau, die brauchen nur warten über die Bevölkerungsdynamik, wie Europa ihnen als reife Frucht in den Schoß fällt. Die müssen nur warten, denn sie werden immer mehr und irgendwann können sie demografisch, selbst ohne Gewalt, theoretisch die Macht übernehmen, indem sie einfach irgendwann die Wahlmehrheit stellen und alle den deutschen Pass bekommen, obwohl sie eben nicht deutsch sind. Sie fühlen sich nicht deutsch, sie wollen das auch gar nicht sein, sie sind klar islamisch geprägt, sie haben einen klaren kulturellen Background, das ist nicht Integration, das ist Kolonialisation. Und das ist ein verdammter Unterschied. Und das ist auch gewollt. Und somit kann ich auch den Kreis oder den Zirkelschluss zu Europa wieder sage ich mal ziehen. Und das blüht uns irgendwann hier auch, solche Gewaltsamkonflikte. Wie gesagt, die feiern einen Massenmord. Menschen in unserer Gesellschaft feiern, dass Frauen erschossen, vergewaltigt in die Knochen gebrochen werden. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge. Ich möchte es gar nicht wissen, glaube ich. nur so als Beispiel. Frauen, die zu einem Friedensfestival unterwegs waren, das ist so bitter noch. Also Leute, die im Herzen an Frieden geglaubt haben, wahrscheinlich auch, dieses Festival war nahe der Grenze wohl, die wahrscheinlich auch geglaubt haben, wir müssen miteinander reden, die normalen Palästinenser und wir, wir wollen keinen Krieg. Das stimmt. Und solche Menschen, die eigentlich Gutes im Sinn hatten, werden von den Radikalen dann umgebracht. Das ist nochmal extra bitter, finde ich. Also es gibt diesen einen Fall von der jungen Frau. Aber Leute, die in unserer Gesellschaft also leben und theoretisch irgendwie integriert sind, freuen sich über einen Massenmord und über schlimmste Gewalttaten. Wenn ich erkenne, dass hier was völlig aus dem Ruder läuft und mich mal anders wählt, der hat es auch nicht besser verdient, als zu bluten. Und ich gehe davon aus, dass sich nichts über die Wahlen hier ändern wird. Und ich gehe davon aus, dass die AfD nicht mit einer Stimmenhoheit einzieht. Ich glaube einfach, dass die Leute durstlich für immer wählen. Und dass sie einfach zu blöde sind, wenn ich daran denke, was bei Faser läuft und ihrer SPD in Hessen mit faktischer Enteignung und Gängelung der Autofahrer etc. Richtig krasse Nummern. Wahrscheinlich weiß es keiner. Die Leute wissen nie was. Die haben einfach gar keine Ahnung und sind damit gar nicht demokratiefähig. Und da schließe ich mit den Worten, die ich immer gerne sage, wer nicht fähig zur Demokratie ist oder zur Freiheit, der muss in der Sklaverei leben. Und das sehen wir meine Prognose wieder bei den nächsten Wahlen. Das war mein Statement zu dieser Sachlage. Ihr könnt gerne kommentieren. Wie gesagt, ich mache das aus einer neutralen oder relativ neutralen Perspektive. Und ich gehe noch nicht mal auf die tieferen Punkte ein, wie ist das Recht des Staates da zu sein, legitim oder nicht. Und die ganzen anderen Geschichten. Es gibt auf beiden Seiten unfassbar viel Propaganda, der vielleicht auch ich mal erliege. Mag auch durchaus sein. Ja, mag auch durchaus sein. Aber es gibt in dem Konflikt ganz, ganz viel Grau, denke ich. Und nicht schwarz und weiß. Egal wie rum es dreht. Es gibt immer Leute, die wollen, die sagen Israel weiß, Palästin der schwarze. Da gibt es Leute, die sagen es genau andersrum. Nie. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Gut. Wenn ihr solche Kommentare mögt, solche Einschätzungen der Sachlage etc. Kommt bitte auf den Wandernden Wolf, das ist der Zweitkanal, lasst ein Abo da. Bitte hier jetzt auf dem einsamen Wanderer Glocke aktivieren. Daumen nach oben, teilen, teilen, teilen. Bitte auf Twitter kommen bzw. X. Bitte auf Instagram kommen, TikTok etc. Ihr habt alles in der Textbox. Unten. Und bitte meldet euch für das Projekt Memento, meine Corona-Aufarbeitung. Ich weiß, das Thema ist nicht mehr wirklich gewollt und nicht aktuell und der Hype ist weg. Das ist mir aber egal. Ich mache dieses Projekt Memento, weil ich glaube, dass es gemacht werden muss, weil es richtig ist. Dafür nehme ich in Kauf, dass die Aufrufzahlen ultra niedrig sind. Ich glaube, ich hatte gestern noch nicht mal 150 Aufrufe für mein Projekt Memento und ich mache es trotzdem, weil ich einfach daran glaube, dass es richtig ist, in Verantwortung vor der Geschichte die Corona-Jahre aufzuarbeiten im Interview. Und wenn euch das interessiert, der-einsame-wanderer-at-gmx.de schreibt mir eine Mail und dann kommt ihr zu mir ins Interview. Elf Teile sind es schon. Ich hoffe, es werden noch ein paar mehr. Das war es von mir heute und auf bald. Das war es von mir. Untertitelung des ZDF, 2020